Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Wir sind wieder im Reich der Klacknack-Prag. Wundervolle, nette Spinnenwesen, die gleichzeitig aber auch Forscher und Wissenschaftler sind. Wir haben da im Süden einen Haufen Zeug jetzt schon erkundet. Und wir sollten wohl anfangen, dann als nächstes wieder ein paar Kolonieschiffe zu bauen. Das ist ein bisschen riskant, weil wir zur Zeit nur plus drei an Energie haben. Aber was soll's? Außerdem haben wir hier noch eine Alien Menace und eine Alien Space Station. Es könnte sein, dass das Piraten sind. Ich habe jetzt noch ein paar Korvetten in Auftrag gegeben. Und die Korvetten, die ich da stehen habe, sind gerade dabei aufgerüstet zu werden. Vielleicht sind wir dann stark genug, um das dort anzugreifen. Na gut. Ich habe da Gas. Schauen wir mal, ob wir das haben. Wow, was heißt Evading Hostile Fleet? Wo ist das? Was? Ancient Mining Drones. Und welches Schiff ist gerade evaded? Okay. Wohin fliegt denn das? Wieso bist du schon wieder dort drüber geflogen? Habe ich dir nicht einen anderen Weg gegeben? Achso, nein. Blödsinn. Das war da, wo du das letzte Mal evaded hast. Na super. So, die sind alle abgegradet. Sehr gut. Sie sind jetzt Stärke 414. Na, war nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht genau, ob ihr das mitgekriegt habt es noch das letzte Mal. Ich habe im Ship Builder bin ich gesessen und habe meine Korvetten nochmal abgegradet, weil einige Forschungen habe ich ja geschafft in die richtige Richtung. Jo. Damit wir ein bisschen besser dastehen sollten, wir doch irgendeinen Krieg kriegen, was wir nicht hoffen. Okay. Was haben wir da? Kritik-Üptiker. Failure Rate 23%, äh 22%. Hm. A cursory scan of the planet's surface reveals a weak signal, pulsing into the darkness of space. Hm. So was riskieren? 22%. Hm. Ja, was. Researchen wir das. Es wird nicht gekleckert. Hm. 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 Einmal scheint es da am Ende von dem Spiralarm, wo ich da bin, niemanden mehr zu geben. Zumindest ist uns nichts mehr gefunden. Limbo. The signal originates from the remains of an antenna-like structure. Exploratory probes were dispatched from the KKK-Hulk-Kebab Methodics to the surface to investigate the matter more closely. What science officer Kritik-Üptiker found was a cavernous vault that, while easily dried open, was evidently the last safe house and refuge of some long-dead race of aliens. While reasonably technologically advanced, it seems they never reached for the stars and perished to some planet-wide natural disaster. The vault is immense, housing thousands upon thousands of black boxes that the KKK-Hulk-Kebab Methodics has determined to be data storage devices. This special project has been prepared to decode the contents. Na, schau an. Situation log updated. So, was brauchen wir hier? An scientist of skill 3 or higher. Hm. Ein Alien? Das heißt, das war offensichtlich. Das machen wir doch glatt. Das sehen wir ja. Das können wir ja. So, was ist mit dir? Wo gehst du hin? So, wir haben die Korvetten fertig. Wir haben jetzt eine Stärke von 500. Hm. 500. Sollen wir das riskieren? Riskieren wir mal, schauen wir mal, ob das irgendwelche Piraten, irgendein Piraten-Abschaum ist. So, und dann bauen wir vielleicht noch ein Kolon- Nein, 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 nein. Wir haben gesagt, Kolonyship warten wir, bis wir die Forschung fertig haben. Genau. Dann werden sie billiger. Wir verfolgen euch. Sicherheitshalber. Pam. Special project complete. Ah, was haben wir hier? The vault is a tomb for hopeful immortals. Science officer Grütig Assam asserts that the huge blocks of ternary code found in the databanks are neural images, digitized brain scans. Doubtlessly, the aliens of Lectra 5 considered this to be their only shot at any kind of survival following whatever calamity befell their planet. They did not have the means to resurrect themselves, but banked on the impossibly small hope that eventually someone else would have those means. Hm. Die toten Aliens haben quasi ihre Erinnerungen oder ihre Profile gespeichert. äh, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal jemand findet und aufstehen, auferstehen lässt. Let dead aliens lie. Hm. Lassen wir sie dort liegen. Das bringt uns 500 Engineering Research, oder? We do not, we do not, we do not but download their neural patterns anyway. Was? Ah. Wir haben zwar keine Ahnung, wie wir sie wiederbeleben sollen, aber wir können uns die neural patterns anyway runterladen. Das würde ich fast sagen, machen wir. Das bringt zwar nur 350 Engineering Research, aber vielleicht bringt es irgendeine nette Dings, die passiert. So. Schauen wir mal. Okay. Hm. Na dann gehen wir halt da her als erstes. Let's just there. So. Letvag 있나ii. Not just there. So, let's just process. We did not tedious. And although we do not only to establish it. So. Machen wir das so, oder? Dann kommen wir zu denen hier. Passt. So, Elektro haben wir erforscht. So. Na, da ist dann bald Oz, die Galaxie, da ist das Dead End von unserem Spiralarm. So, zu euch. So, da haben wir einen größeren Spaceport und da ebenfalls. Was sind das für welche? Aliens? Okay. Ah, wir haben offensichtlich diesen Menace da oben gefunden. Was sind die? Die sind fanatische Xenophile. Hm. Das ist nicht gut. Wir sind immerhin fanatische Xenophobe. Na, fanatisch sind wir nicht. Aber gut. Wir, the way forward lies in our hands, make the poxy. Klacknackprax, how delightful we hadn't expected to encounter you for a few centuries yet. Personally, I thought you would wipe yourselves out long before leaving your gravity well. Hm. But I'm glad to be proven wrong. Irgendwie klingt das trotzdem nicht nett. No access. Woah. Sehr nah. Okay. Da dürfen wir also nicht rein. Das ist natürlich problematisch, weil rund um Atom geht auch nicht. Na gut, soll sein. Dann. So. Mens Husk Squadron. Schaut das aus. Angriff. Was sind das für welche überhaupt? Das ist eine Mining Station. Was machen wir als nächstes? Das ist Gas, das macht... Nein, Shield Hit Points sind mir eigentlich relativ egal. Sentinel Point Defense. Unmounted Countermeasures against Missiles and Strakes. Vielleicht gar nicht einmal so schlecht, wenn wir das einmal machen. Basic Combat Rolls. Synchronized Defenses. Das sind lauter... Ah, Power Plant. Das sind lauter Verteidigung bzw. Kampfsachen. Planet Fortification Toughness plus 20%. Hm. Und Deflektoren. Was können Deflektoren? Hm. Bessere Schilder. Ah, versuchen wir es mal mit Deflektoren. Warum auch nicht? Okay, sie fliegen auf uns zu. Wir fliegen auf sie zu. Okay. Machen wir mal langsamer vielleicht. Ah, okay. Ein recht großes Schiff ist da. Ja, das sehe ich. Hey. Hey. Der Governor Tobak Lopetkin ist auch gestiegen. Sehr schön. Können wir hier irgendwas ändern? Oh. Oh. Die Station sollte ja wohl jetzt kein Problem mehr darstellen. Okay, gut. Hey, unser Admiral ist auch gestiegen. Aggressive und Ship Upkeep, sehr gut. Fleet Combat Stats, hm, 5 und 12 verloren. Wir haben noch 7, na gut, soll es sein. Hm, gut. Du, nach Hause. Warum, achso, du kommst dort nicht hin. Und deshalb, hm. Machen wir mal das und dann schauen wir weiter. Und du wirst noch einmal da zurückfliegen, weil wir haben dort ein Projekt für dich. Research Projects in System. Und Survey System. Gut, klacksnackstab. Du brauchst mir 5 Korvetten. Und ein Colony Ship. Hey, eine Anomalie. Kein Risk. Das klingt gut. Ist home of a number of exquisite impact craters. However, something breaks visual uniformity in one of the larger craters. Hm. Na dann, researching wir das. Sehr gut. Gut, klackstab. Das heißt, da hat jemand auf einen Krater geschossen. Science Officer Xasbek Umlatika argues that these surface level patterns are not a result of an impact, but a collision. One between asteroid-irgendwos and some unspecified orbital installation or ship of alien make. How odd. Letzte Circuits in the Dust Modifier. Woah, das ist ja cool. Nun schau dir, dass uns das nichts bringt dort. Weil es auf der anderen Seite der Welt ist quasi. Einmal mit der Mose. Einmal mit der Mose. gut, sehr gut. Meine guten Corvettes. Was haben wir jetzt constructed? Oh, warte mal, heißt das es gibt auch? Nein, nur die Corvetten sind durch. Noch nicht das Kolonieschiff. Aber bald, aber bald, aber bald, 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 bald. Okay. Yay, Empire Leader Capacity und Leader Pool Size. Ah, vielleicht kriegen wir dann vier zur Auswahl. Das Pool Size, das klingt vernünftig. Border Range plus 20% oder Galactic Administration, Monthly Influence plus 1, Empire Capital Complex, Advanced Government Forms. Na, machen wir mal das da. Hm, was kann diese Resource? Explosive Open Damage. Da könnten wir eigentlich auch auf die Rüstung gehen. Oder soll man Roboter erforschen? Ne, wir schauen uns mal die Rüstung da an. Jetzt schauen wir dann mal, ob das stimmt. So, also wir können jetzt 13 Leaders haben und wenn wir da Recruiten. Sind ja nicht 3, sondern 4. Was kann der? Research Speed plus 10%? Wow, der ist uhr cool. Was kann der? Oh, der ist gut für ein Science Ship. Der ist für alle Researches plus 10%. Den sollte ich mal tatsächlich zulegen und einsetzen. Hm, das mache ich glatt. Und zwar da unten setze ich den ein. Die haben gleich plus 17%. Und wenn er Level steigt, ist er sogar noch besser. Den kann ich auch hin und her schieben, wenn es ist. Hm, hm. Das heißt, ich kann immer den Vorschein setzen, der gerade am besten geeignet ist für das System. Sehr gut. Was haben wir herausgefunden? Nuklear Missile plus 10% Progress. Physics Research plus 5 und Engineering Research plus 5. Okay, das ist jetzt nicht so großartig. Das war das erste Mal. Jetzt schauen wir uns auch noch die Flotte an. Die ehemalige. Ja. System Survey complete. Okay. Okay. Vielleicht sollten wir versuchen, mit denen auch zu sprechen. Mit den Flexklangers. Wer ist das? Ach so. Das sind diese Typen hier. Oh, nein doch nicht. Das sind andere. Coalition of Nuranka. Wer soll das sein? Hm. Das sind die, die ich gedacht habe. Warte mal. Warte mal. Overwhelming? Wieso sind die overwhelming? Was können die? Der Fleet Power is overwhelming. Der Naval Capacity is overwhelming. Der Technology Level is overwhelming. Not at all. Aber immerhin mögen sie uns. Schauen wir mal. Weder wir noch unsere Nachbarn dürfen dort rein. Hm. Mal schauen. Wenn ich euch so einen Zelda Crystal gebe, was könnte ich denn von euch kriegen? Hm. Ein Research Agreement? Wieso nicht? Dismissive Attitude. Hm. Können wir eure Star Charts haben? Nein. Offensichtlich nicht. Auch nicht. Gibt es irgendetwas, was man von euch kriegen könnte? Offensichtlich nicht. Ich werde euch doch nicht meine wertvollen Sachen geben. Wenn ihr mir dann nichts dafür geben wollt. Und... Hm. Geht das so vielleicht? Ach ja. Dann halt nicht. Können wir vielleicht zumindest diese Ding-Aufli heben? dass ich nicht durch darf bei euch. Sehr ärgerlich. So viel größer schaut das gar nicht aus. Ah. Die haben sich unabhängig erklärt hier. Die sind Teil von ihnen. Hm. Hm. Die sind Xenophob und fanatische Materialisten. So wie wir. Die müssten uns eigentlich mögen. Wieso mögen sie uns nicht? Äh. Weil sie Xenophob sind. Idiot. Oder Fritzchen minus 41. Naja. Klar. Was hältst du von unseren Start-Charts und dafür gibst du uns Energy-Credits? Okay. Was? Echt jetzt? Ah. Vergiss es. Du dufer Kerl. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wenn wir euch irgendwie leicht dort weggekriegt hätten. Hmm. Hey. Support Independence. Wir können ihre Unabhängigkeit unterstützen. Hmm. 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 come to their aid. Hm. Ist das etwas, was ich gern machen würde? Ja, es schwächt meinen Nachbarn. Die stärker sind als ich. Um einiges. Hm. Obwohl sind die viel stärker. Superior. Ja, hm. Aber an und für sich sind sie ähnlich. Sie haben einfach mehr Truppen als wir. Ja, wieso nicht? Konfirmen wir das doch glatt. Vielleicht mögen sie uns dann. Auf jeden Fall werden die uns dadurch weniger mögen. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Ah, ich sehe gerade 30 Minuten sind rum. Passt auch. Ähm. 170. Äh. Ja, bis das Kolonieschiff fertig ist, machen wir Schluss für heute. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut. Und träumt was Schönes. Also. Schlaft gut.